Die Weihnacht ist die längste Nacht des Jahres, die Wintersonnenwende. Jetzt werden die Tage wieder länger, während die Kälte noch zunimmt. Weihnachten ist seit vorgeschichtlicher Zeit ein Fest in vielen Kulturen. Die Germanen nannten dieses Fest Julfest, die Kelten nannten es Jule, die Juden Lichterfest. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Jesus Christus, Erlöser der Welt, wurde Weihnachten geboren. Mitten in der Nacht ist ein erstes Licht in unsere Welt gelangt. Germanen und Kelten galt der Jahreszyklus als Gleichnis für die geistige Entwicklung. Weihnachten wird der Höhepunkt der Weltenacht überwunden. Ab jetzt herrscht ein neuer König, durch den das Licht wieder in die Welt kommt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020